Hallo meine Freunde der Leichtenzerstörung und Willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Ja wie einige es vielleicht mitbekommen haben werden wir heute nicht in der Saison weitermachen, denn ich habe mich heute dazu entschieden dass ich online mit einem Kumpel zusammen spielen werde und ja vorab das wird nicht lang, das Video wird ein Match nur kleine Ding ich werde mal schauen wie das bei euch ankommt und dann werden wir in der Hinsicht wahrscheinlich noch einiges tun je wie die Klicks und die Aufrufzahlen des Videos bei euch ankommen und ja dann können wir eigentlich loslegen. Ähm, fängt schon super an. Erster Schuss von den Gegner Klärmpfosten, ich glaube es eigentlich nicht. Na und da rein da. Jo, ok. Passt zu, weil er lieb ist, aber warum, ich verstehe nicht warum der dich von, und wenn der eh von da kommt, was macht der, wenn er dir bald springen weghin, da fahr ich doch weiter eigentlich. Ja, wenn ich ihn sehe, mach ich, ist der Zustand, ich mein, alter. Nein, leider nicht schon wieder, wir haben doch recht Pech langsam, aber nicht heute. Äh, nicht in dem, nicht so bitter, das wäre unten. Jo, nein, nein, alter. Aber die Karne was der hat, ist aber auch wunderlich nass. Die muss er sich, die muss er sich aber gekauft haben, weil die gibt's nicht so. Der, gut, ja, aber trotzdem muss er sich das Geld. Scheiße, trotzdem muss er sich's kauft haben für die Kisten, den Schlüssel des Kostadagwitz. Jo, die Kisten, ne, das Auto schon der, also, so, sie war, ups, Ballkamera muss er anschalten. Voll drauf vergessen grad. Ja, auf geht's, auf geht's mit die Wien, Hühner. Uh, ne, war nicht so. Ey. Müll umstellen. Ja, das macht mehr Auto, das spürt sich von selber aber das Gefühl. Aufpassen, ja. Ja. Alter. Das ist echt gewöhnungsbedürftig. Kacke. Das gibt's auch nicht heute. Juhu, schon wieder Kacke in einem Video. Ich warte nur noch auf die Memes. Ernsthaft, das ist so oft wie ich Kacke in einem Video sag, mit mir ja schon drauf schossen. Komm, komm, dann hab ich, dann hab ich, dann hab ich, dann hab ich, dann hab ich. Ja, den hab ich. Ja, den hab ich. Man sieht's. Die Slide-Funktion ist das Beste. Oh. Ah. Es darf ja nicht, und der rennt da, der rennt da, der rennt da. Na gut. Ja, hab ich noch mal Glück gehabt. Und der da. Ja. Aber trotzdem. Springt die runter. Hopp. Shit, geht's nicht so aus wie ich wollt. Pass auf, pass auf, pass auf. Kacke. Naja. Ja, ohne Bust ist halt alles mal aufgeschmissen. Ja, aber. Was will man tun, kann passieren. Da hab ich noch drei Minuten Zeit, da rennt noch einiges. Dann haben wir schon wieder eine Partie erlebt. Och, Göttchen ey. Ah, wenn die mal ein Stück langsamer wären, könnte ich vielleicht bei Anstoß gleich eins reinmachen. Ah, sorry. Hala. Irgendwie noch rein. Irgendwie muss ich rein. Sonst ist er drin. Das brauchen wir nicht wirklich. Ah, bremsen, bremsen. Ah, kipp. Gibt's keine, gibt's keine Bremsen. Das ist echt ein Witz. Hm. Gut, gut, gut. Jau, der stehst mich von hinten. Jo, 3.1. Kacke, verdammt ey. Das ist ein Witz. Mit daran ja wahrscheinlich. Pfff. 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 Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. irgendwie versuchen noch in den Ball reinzuspringen sonst geht das anders nicht und für alle die sich wundern ja ich spiele Ballkamera ja zum ersten mal ein bisschen zum ersten mal ich habe es auch vorher schon bei den Einspielrunden benutzt aber naja das ist wirklich nicht meins ich habe das jetzt extra für die Videos damit ihr sehen könnt wo sich der Ball während des Spiels befindet aber definitiv wenn ich außerhalb vom Video Rocket League spiele dann definitiv mit äh ohne Ballkamera weil das ist halt Zustand ey kriegt euch ey naja vielleicht 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 nein jo ich bin mehr am Dach als da und 4 boah 4 zu 1 wollte ich jetzt schon sagen aber klasse rausgeholt noch mal und der hat er auch mitgespielt das gibt's doch nicht ich fliege mehr daneben als offenbar ja komm fliegt halt wieder zurück hast du ja schon recht boost ist alle Kacke wow wenn das wieder zu einem Tor geführt hätte was lustig war nein lol man passiert mich nicht das ständig ist eine Frage zack jetzt fall der runter genug vor dem Gegner seine Führungstelle werden immer uhuhuhuhuhu ich fahr in Kreis ich fahr wunderschön in Kreis Jau nein. Ja vielleicht hat es nicht so sein wollen oder nicht sein dürfen. Keine Ahnung. Aber wir werden natürlich noch alles probieren. Oh Mann. Wir werden noch alles probieren. Sagt er. Und ja dann darf ich hier wieder runterdanken. Hey Leute. Zu einem Booster ansetzen kann ich noch einen größeren Rückstand verhindern. 4 Euro brauchen wir auf Kahn voll. Ja. Ja. Warum kriege ich eigentlich fast immer in Videos eine Trophäe. Kann das eigentlich sein? Alter geil ich habe es halt in den Aufkleber. Ist aber geil. Gold 2. Ja geil. Aber ja man muss sagen. Hat zuerst super funktioniert. Fazit ist. Ja Ballkamera schön und gut. Muss mich noch dran gewöhnen und. Ja. Eigentlich vom Spiel her warm. Man sieht es von den Rängen her. Veteranen und Experten gegen Semiprofi und Profi. Ja hätte definitiv klarer ausgehen können. Haben Glück gehabt. Dass wir nur 3 kassiert haben. Statt einem. Und. Ja. Jetzt sind wir mal Gold 2. Jetzt müssen wir mal gucken was danach kommt. Aber das ist halt immer die Geschichte. Aber. Ich habe das Gefühl. Nachdem mit nichts leichteres mehr Kummer. Oh. War. Das ist doch eigentlich eh nur eine Frog von. Blio. Ich meine. Gut. Gold 2 kann jetzt so sein. Dass man da jetzt so einen. Über drüber. Hauberer bekommen. Aber wir werden jetzt ja gleich sehen. Wie wir das machen. Weil. Ja. Gold 2. Wissen wir. Ist nicht. Das geht doch. Aber man muss sagen. Ja. Wir haben es gesehen. Es war einfach nicht zu machen. Wir haben da streckenweise probiert über probiert. Und sind dann meistens eh an unseren eigenen. Beziehungsweise an meinen. Daran. Gescheitert. Aber. Ja. Davon sollte man sich nicht runterkriegen lassen. Und. Damit werde ich auch das Video. Ja. Weil gesagt wird kurz werden war. Ja. Sollte ihr doch ein bisschen in die Länge mit meinem Gequatsche gezogen haben. Ich werde es beenden. Danke fürs Zusehen. Und. Lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr neu seid. Kommentiert fleißig. Was ihr davon hält. Und. Ja. Dann werden wir uns. Das nächste Mal. Wiedersehen. Spätestens. Ja. Dienstag bei der Rapid Karriere. Sehen wir uns wieder. Bis dahin. Habt. Ein. Ein. Was. Gehabt doch wohl. Genau so. Gehabt doch wohl. Und. Bis dann.